In diesem Video wiederholen wir, was passiert, wenn du an einem Punkt einen Vektor anhängst und die Vektorwinkelformel. Im Anschluss daran werden wir die beiden Dinge in einem Beispiel anwenden. Wir haben hier einen Punkt A und einen Punkt B und zwischen den beiden Punkten einen Vektor. Den habe ich jetzt einfach mit klein a bezeichnet. Und wir können den Punkt B beschreiben, indem wir unseren Punkt A nehmen und einfach den Vektor anhängen, weil dann gelangen wir so zum Punkt B. Die Vektorwinkelformel, dafür benötigen wir zwei Vektoren, V und W habe ich sie genannt. Beide beginnen im selben Punkt hier und sie schließen einen Winkel ein, nämlich V und den Winkel kann ich jetzt mit Hilfe der Vektorwinkelformel beschreiben, nämlich Cosinus von V ist gleich das Skalarprodukt von V und W durch die Länge von V mal die Länge von W. Wir schauen jetzt zu unserem Beispiel. Rechts ist ein Parallelogramm mit A gleich minus vier minus drei, B gleich zwei minus zwei und D gleich minus zwei vier dargestellt. Berechne die Koordinaten des Eckpunkts C und berechne den eingezeichneten Winkel Alpha. Bitte pausiere das Video und versuche das Beispiel zu lösen. Du wirst die beiden Dinge, die wir gerade wiederholt haben, dafür benötigen. Wir vergleichen gemeinsam die Lösung. Ich habe sie für dich schon vorbereitet. Zuerst wollen wir die Koordinaten vom Punkt C berechnen. In der Wiederholung haben wir ja gesagt, wenn wir einen Punkt haben und einen Vektor, dann bekommen wir einen zweiten Punkt. Das heißt, wenn wir jetzt den Punkt B nehmen und einfach diesen Vektor hier dran hängen, bekommen wir genau den Punkt C. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir auf diesen Vektor? Na, wir können einfach AD nehmen, weil wir wissen, wir haben hier ein Parallelogramm und in einem Parallelogramm sind ja die zwei Seiten, die parallel sind, immer gleich lang. Das heißt, wir nehmen unseren Punkt B und hängen eigentlich diesen Vektor hier hier rüben an. Also C ist gleich B plus AD. AD habe ich hier unten mit der Spitze minus Schaftregel berechnet. Du kannst den Vektor natürlich auch einfach ablesen. Wir bekommen dann den Punkt B 2 minus 2 plus den Vektor 2,7 und mit der Vektoraddition, wo du komponentenweise addieren musst, kommen wir auf den Punkt 4,5. Ich habe ihn hier in der Spaltenweise und dann noch in der Zeilenschreibweise angeschrieben. Für den Punkt B sollen wir den eingezeichneten Winkel Alpha berechnen. Wir verwenden die Vektorwinkelformel, nämlich Cosinus von Alpha und jetzt dieser Vektor mal dieser Vektor durch den Betrag von diesem Vektor AB mal den Betrag vom Vektor AD. Den Vektor AD haben wir ja vorher schon besprochen. Die Länge einfach dann mit dem Satz von Pythagoras, also mit der Wurzel aus 2 Quadrat plus 7 Quadrat berechnet. Hier habe ich auch mit der Spitze minus Schaftregel den Vektor AB berechnet und die Länge wieder mit der Wurzel aus 6 Quadrat plus 1 Quadrat. Das Ganze habe ich dann, das Skalarprodukt AB, AD habe ich hier schon gebildet, nämlich 6,1 mal 2,7. Du weißt, beim Skalarprodukt kommt eine Zahl heraus. Du musst die obere Komponente multiplizieren plus die untere Komponente multipliziert. Ergibt uns dann 6 mal 2 plus 1 mal 7 gleich 19. So, jetzt haben wir ja diese Formel und wir wollen aber Alpha ausdrücken. Das heißt, wir brauchen die Umkehrfunktion vom Cosinus und die Umkehrfunktion vom Cosinus ist der Akkuscosinus oder Cosinus hoch minus 1. Das wirst du in deinem Taschenrechner eingeben müssen. Das heißt, diese Formel umgeformt heißt dann Alpha ist gleich der Akkuscosinus vom Skalarprodukt von AB und AD durch das Produkt von der Länge von AB mal die Länge von AD. Das Skalarprodukt hier haben wir ausgerechnet. Das ergibt 19 und die Länge von AB ist Wurzel 37 und die Länge von AD. Wenn du das Ganze dann im Taschenrechner eingibst mit Cosinus hoch minus 1 von diesem Bruch, kommst du auf den Winkel 64,59 Grad. Das war's. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video. ... ...